Herzlich Willkommen auf Unbox Kings. In der heutigen Folge geht es um die Releases der aktuellen Woche. Blockmonster und Usi irreversibel. Blockmonster und Usi sind die beiden Gründungsmitglieder von Hirntod Records. Seit dem Jahr 2005 haben sie eine Vielzahl an Releases veröffentlicht. Das letzte Collabo-Album, Krieg und Frieden, erschien im Juni 2009 und liegt somit schon mehr als 11 Jahre zurück. Jetzt steht das neueste Collabo-Album der beiden Hirntod-Urgesteine an. Irreversibel beinhaltet 11 Tracks, Features wurden aktuell noch keine bekannt gegeben. Das Album kommt über Hirntod Records und erscheint als CD und auch als Bundle. Nash Crystal. Das letzte Release von Nash, AP3, erschien im April diesen Jahres. Nach diversen EPs steht nun mit Crystal das Debütalbum des 28-Jährigen an. Crystal beinhaltet 11 Tracks, Features kommen unter anderem von AZ und NOAH. Das Release kommt über KMN Gang und erscheint digital. Preußisch Gangster Most Wanted 5 Most Wanted 5 ist ein Sampler, auf dem sich auf mehr als 50 Tracks zahlreiche Deutschrap-Größen zusammengefunden haben. Mit dabei sind unter anderem Shakuza, Finch Asozial, Contra K und Sido. Der Sampler erscheint über Preußisch Gangster Records und erscheint als CD und auch als Bundle. Entertainment Stanley. Die Ente meldet sich zurück. Im Januar diesen Jahres erschien mit der Zwischenpräteritum und Futur-EP das bislang letzte Release von Entertainment. Jetzt steht mit Stanley das dritte Album des Bremerhaveners an. Die genaue Tracklist sowie eventuelle Features wurden bis jetzt noch nicht bekannt gegeben. Das Album kommt über Trillfingers und erscheint als Bundle. Young Kaffa und Kütschük Effendi, Yin und Yang. Im April diesen Jahres erschien mit Dickicht das letzte Mixtape der beiden. Jetzt steht mit Yin und Yang das nächste Release des Künstler-Duos an. Yin und Yang kommt mit 18 Tracks und beinhaltet unter anderem Features von Edosaya, Sio und Hatta. Das Release kommt über AEIOU und erscheint als Box. Eure Meinung zu den kommenden Releases würde mich natürlich interessieren. Schreibt sie mir in die Kommentare. Darüber hinaus könnt ihr auch gerne in den Kommentaren dafür abstimmen, auf welches der Releases ihr euch am meisten freut. Alle Infos und Links zu den jeweiligen Releases findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Dort findet ihr dann auch die Links zu den jeweiligen Unboxings. Falls ihr in Zukunft keine Releases mehr verpassen möchtet, dann könnt ihr meinen Kanal gerne abonnieren. Das war's für heute. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Passt euch auf. Ciao.